Herzlich willkommen auf dem Kanal vom Cryteam. Ich bin der Robin und wie ihr seht schon, wir schauen uns mal die X1 Plus-Firmware heute an. Und zwar, wie ihr das Ganze installiert, wo ihr das findet und auf was ihr achten müsst. Ganz wichtig, bevor wir jetzt anfangen, mit der Installation dieser Custom-Firmware erlischt eure Garantie. Ihr werdet mehrfach darauf hingewiesen, wie die Garantie aussieht oder wo ihr das findet oder nachlesen könnt. Schauen wir uns an. Ich wünsche euch jetzt nach dem Intro viel Spaß. Nutzt gerne die Kapitelfunktion, da könnt ihr in die einzelnen Schritte reinspringen. Habt ihr Fragen, einfach unten die Kommentare verwenden oder auf unserem Discord vorbeischauen. Der Link zum Discord ist in der Beschreibung. Wir sehen uns gleich. Hier sind wir jetzt auch schon auf meinem Bildschirm. Und zwar habe ich hier das GitHub geöffnet. Hier oben seht ihr die Adresse. Alle Links, die ihr braucht, die wichtig sind, habe ich nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, ihr könnt hier einfach draufklicken und ihr landet hier auf dem GitHub-Repository. Das ist super aufgebaut. Hier rechts wurden sogenannte Pages angelegt. Der Guide ist sehr ausführlich, sehr viel Information, perfekt gemacht. Ihr seht schon, das Ganze ist auf Englisch. Wir haben hier einen deutschen Guide. Das heißt, viele Browser können es heutzutage schon einfach rechtsklick ins Deutsche übersetzen. Dann übersetzt ihr das. Hat das euer Browser nicht, könnt ihr das alternativ mit dem Edge öffnen. Andernfalls vielleicht auch mal nach den Add-ons bzw. Plug-ins von dem Browser schauen, ob es da ein Übersetzungs-Add-on-Plugin, wie auch immer, gibt. Ja, manche verfluhen mich. Du kannst das doch jetzt nicht in Deutsch übersetzen, aber ich mache es jetzt einfach mal für euch. Ich gleiche das natürlich ab und an mal mit dem Englischen ab. Wer Englisch ein bisschen kann, lest euch gerne mal in Englisch durch. So, übersetzen wir das nochmal ins Deutsche. Aber bevor wir hier in den Guide gehen, schaut euch auch gerne mal hier von Teaching Tech das Video zu dieser Firmware an. Link ist auch in der Beschreibung. Sehr interessant. Ist auch auf Englisch, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Ebenfalls hier von 3D-Printing-Nerd. Das Interview mit zwei der Entwicklern, also mit Joshua und Dan, auch sehr interessant. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich empfehle es auch jedem. Schaut euch das gerne mal in Ruhe an, bevor ihr das installiert. Weil ich habe es schon gesagt, das schauen wir uns jetzt direkt an, ihr verliert dadurch die Garantie. Und dann könnt ihr für euch mit solchen Videos, vielleicht auch mit diesem Video schon entscheiden, brauche ich das? Oder warte ich noch den Garantiezeitraum ab und mache das dann erst, wenn die Garantie auch vielleicht schon abgelaufen ist? Also, wichtig ist, wenn ihr die installiert, seid ihr dafür selber verantwortlich, was damit passiert. Bamboo übernimmt keine Garantien. Hier in dem Punkt Risiko steht nochmal alles drin. Wichtig zu wissen ist, dass das Ganze auf dem AP-Board installiert wird. Das heißt, das läuft über die SD-Karte und wird oben auf dem Application-Prozessor ausgeführt. Es beeinträchtigt nicht den Motion Controller, also dieses Hauptsteuer-Board. Das heißt, es sind immer noch Sicherheitsfeatures vorhanden. Ihr habt nur quasi eine andere Oberfläche, beziehungsweise greift nicht direkt ganz tief ins System ein. Ihr ermöglicht aber einfach damit, verschiedene Features benutzen zu können, die wir gleich noch anschauen. Bevor wir jetzt starten, könnt ihr auch mal auf die Bamboo Lab-Seite. Wenn ihr die Bamboo Lab-Seite einfach öffnet, scrollt mal ganz nach unten. Hier ist der Punkt Raranty hier unten. Da könnt ihr euch ebenfalls mal die Garantie durchlesen. Die ist auch auf Englisch, könnt ihr auch wieder auf Deutsch übersetzen. Könnt euch alle Garantierichtlinien von Bamboo Lab hier nochmal durchlesen, was für die EU gilt. Und für andere Länder einfach in Ruhe durchlesen, was die Garantie beinhaltet. Hier sehen wir es zum Beispiel, zwei Jahre Garantie für die EU. Das ist das, was bei uns gilt. So könnt ihr nochmal entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Sind bei euch jetzt noch Fragen zur Garantie offen, sucht euch bitte jemanden, der euch da fachlich beraten kann zum Thema Garantie, beziehungsweise dem ihr euren Fall schildern könnt. Wir als Squire-Team können da keine rechtliche Beratung machen und ich hoffe, ihr habt da Nachsicht. Wir schauen jetzt in uns mal die Vorteile des Ganzen an und was diese Firma denn mit sich bringt. In dem sogenannten Benutzerhandbuch, das findet ihr auch hier rechts, könnt ihr einfach mal anklicken, seht ihr alles, was die Firmware mit sich bringt. Wir können da einfach mal grob durchscrollen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, mein Grund war eigentlich dieses Bad Mesh und diese Resonanzmessung, das Ganze mal graflich dargestellt und auch den SSH-Zugang, um einfach mal zu schauen, was da so drauf ist. Wir schauen hier einfach mal von oben bis unten grob durch. Generell haben wir hier mehrere Settings. Die seht ihr auch später, wenn wir das installiert haben. Nichts weltbewegendes. Was jetzt neu kommt, ist dieser LAN plus Shield Mode. Jemand, der vielleicht sensible Daten druckt oder sowas, für den ist das vielleicht nochmal interessant. Schaut da gerne die Videos, die ich euch eben gezeigt habe. Als nächstes haben wir hier eine Übersicht über verschiedene Firmware-Versionen eurer Boards. Auch ganz interessant, wer das mal wissen möchte. Was ich noch interessant finde, ist, wenn ihr eure Drucker irgendwo stehen habt, Kinder in der Nähe oder ihr habt die in einer Uni, Schule oder sonst wo vielleicht auch in Betrieb, ihr könnt einen sogenannten Screen Lock machen. Ihr könnt ein Passwort setzen, sodass der Bildschirm am Drucker gesperrt ist und euch nicht jemand aus Versehen oder auch mit Absicht einen Druck anhält. Das ist doch manchmal schon sehr ärgerlich. Daher Sperrbildschirm mit Passwort, auch ganz praktisch. Hier unter Tools haben wir verschiedene Tools. Das werde ich jetzt erst im Laufe der nächsten Wochen testen und kann euch da mehr berichten. Mein ausschlaggebender Punkt war, wie gesagt, dieses Bedmash hier, sodass man mal sehen kann, wo ist das Bett. Und eben, wir haben hier verschiedene Einstellschrauben. Hier hinten ist eine, hier vorne ist eine und hier vorne ist eine. Da können wir eventuell, oder kann ich hier, je nachdem, wenn ihr da Unterschiede seht, noch ein bisschen nachjustieren. Denkt dran, wenn ihr so ein Bedmash macht, macht das Bett mal vorher warm. Ich weiß nicht genau, ob das in der Anwendung jetzt aufgeheizt wird oder nicht, aber macht es mal mindestens 60 Grad warm und macht dann ein Bedmash. Als nächstes auch interessant ist der Graph der Resonanzmessung. Da will ich auch mal verschiedene Untergründe testen und schauen, was das ausmacht. Auch in Sachen Wartung interessant. Vielleicht kann man hier auch defekte Pullis oder zu lose, also nicht stark genug gespannte Riemen finden. Schauen wir uns einfach in den nächsten Wochen an. Hier haben wir noch eine Konsole. Können wir Befehle eingeben, was mir aufgefallen ist. Man könnte hier mit einem Befehl direkten Drucker an eine bestimmte Position fahren. Hier unten scheinen auch nochmal verschiedene Buttons oder vorkonfigurierte Befehle zu sein. Schaue ich mir alles auch an. Heute soll es aber grundlegend um die Installation bzw. eine kleine Vorstellung des Ganzen gehen. Hier könnt ihr auch nochmal entscheiden, was mit den Buttons ist. Ich habe die Buttons ehrlich gesagt noch nie benutzt. Jetzt wo ich weiß, was passiert oder was ich einstellen kann, werde ich es vielleicht öfters mal benutzen. Muss ich schauen. Backlight, das bezieht sich auf das Dimmen des Displays und hier die Toolhead LED ist die LED am Druckkopf. Hier kann man noch was personalisieren. Hintergrundbild, je nachdem was ihr wollt, werde ich vielleicht auch mal rumspielen. Das seht ihr vielleicht in einem kleinen Short. Quickboot. Was ich noch cool finde, das nutzen wir auch später, ist dieses VNC-Control. Das heißt, wir können Remote von unserem PC auf das Display zugreifen. Das hatte ich eben schon mal gestartet. Mir ist aufgefallen, wenn ich diese SH einmal gestartet habe, dass der Bildschirm dann dunkel bleibt, wenn ich Putty wieder schließe. War nur mit einem Reboot wieder zu aktivieren. Das Display am Drucker. Kennt das jemand? Weiß jemand, wie ich da rauskomme, wie ich wieder zurückkomme und das Display am Drucker aktiviert ist? Gerne in die Kommentare. Wenn jemand auf dem Discord schon ist, schreibt es mir gerne mal oder schreibt es in unseren Bumbot-Kanal. Dann könnt ihr mich darauf hinweisen und dann muss ich vielleicht, wenn ich den Zugriff hatte, nicht den Drucker neu starten. Das war es so im Großen und Ganzen. Lest euch selber durch. Entscheidet, ob die Features für euch das wert sind, die Garantie an den Nagel zu hängen oder nicht. Wir schauen uns jetzt aber weiter mal die Installation an. Die Installation findet ihr hier rechts unter Installation Guide. Dann klickt ihr einmal drauf und dann kommt ihr auf dieser Seite raus. Als erstes finden wir natürlich eine Übersicht, was wir alles brauchen. Wir brauchen natürlich einen X1 oder einen X1C. Mit dem X1E geht es leider nicht. Das heißt, mit dem X1E müsst ihr eventuell noch warten. Wer weiß, ob das dafür kommen wird. Im zweiten Schritt brauchen wir noch eine Micro-SD-Karte mit 16 GB oder mehr. In der FAT32-Formatierung. Ihr könnt das mit einem Programm eurer Wahl einfach formatieren. Als nächstes bauen wir hier noch den X1 Plus Installer. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, für Linux, macOS und Windows. Ich habe entsprechend die Windows-Datei runtergeladen. Die ist bei mir im Downloads-Verzeichnis und ich kann die hier öffnen. Und könnte das starten. Das machen wir aber gleich erst, denn wir müssen noch einen Schritt vorher ausführen. Ihr habt das jetzt quasi einfach nur runtergeladen. Als nächstes müssen wir einen Firmware-Downgrade aktivieren. Das hat ja Bamboo Lab nach der Ankündigung der X1 Plus-Firmware gesperrt. So konntet ihr nicht mehr downgraden. Manche von euch haben es noch gemacht oder konnten es. Manche, die geupdatet haben, können es nicht mehr. Also ihr habt, glaube ich, die neueste, das ist die 1.7.2. Da ist quasi der Downgrade nur noch auf die 1.7.1. Soweit meines Wissens möglich. Ihr könnt euch hier jetzt mit diesem Third-Party-Firmware-Plan, wenn ihr hier draufklickt, anmelden. Und dann schaltet Bamboo für euch in ihrer Bamboo Lab-App den Downgrade eurer Firmware frei. Das heißt, ihr klickt euch hier durch. Wichtig ist, ihr müsst angemeldet sein auf der Seite hier oben. Einfach einloggen in euer Account. Dann klickt ihr euch hier durch. Ihr habt das Ganze gelesen. Und noch mehr Hinweise. Ihr klickt hier unten mit dem Haken durch. Im nächsten Schritt müsst ihr euren Drucker auswählen. Ich mache das jetzt nicht, weil da die Seriennummer gezeigt wird. Dann müsste ich die ausblenden. Also ihr klickt hier einfach durch. Wählt euren Drucker aus. Und dann wird das Ganze im Laufe, bei mir hat es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert, in der App freigeschaltet. Schau mal, ich habe für euch eben ein paar Bilder dazu noch gemacht, wie das Ganze aussieht. Das heißt, ihr öffnet hier eure App. Wichtig ist hier oben einfach euren Bamboo auswählen. Und dann geht ihr hier über diese drei Pfeile, geht ihr in das Menü. Dann kommt ihr hier raus in den Einstellungen. Hier unten geht ihr auf Firmware-Version, klickt hier drauf. Und dann könnt ihr hier unten auf eine ältere Version aktualisieren, klicken. Und dann sollte eine Version, hier sehen wir uns in der Anleitung, wenn wir nochmal zurückgehen, sollte eine Version zwischen 1.6.655 und 1.6.999 da hinten rauskommen. Hier seht ihr es nochmal. Habt ihr jetzt über die Bamboo-App die entsprechende Firmware geflasht, können wir an den Drucker gehen. Wir müssen uns nämlich hier ein paar Sachen aufschreiben. Einmal ist wichtig, dieser LAN-Access-Code. Könnt ihr euch aufschreiben oder ein Bild mit dem Handy machen. Und als nächstes müsst ihr hier über dieses Schrauben-Muttern-Symbol hier unten auf diesen Third-Party-Firmware-Plan-Button klicken. Dann kommt ihr in das nächste Bild und hier seht ihr euer SSH-Passwort. Das müsst ihr euch auch bitte aufschreiben, das brauchen wir auch gleich für den Installer. Was noch dazu kommt, ich glaube, wenn ihr das gemacht habt, geht mal ein Bild zurück. Dann solltet ihr oben bei eurem Häuschen auch dieses Schloss sein. Das Schloss ist, glaube ich, standardmäßig nicht da. Erst wenn ihr hier unten einmal draufgeklickt habt, könnt ihr einfach nachschauen. Ich hatte das jetzt so in Erinnerung, dass das Schloss erst nach der Aktivierung hier dieser Third-Party-Firmware-Plan-Aktion verfügbar war. Ihr könnt jetzt quasi eure ZIP-Datei, die ihr runtergeladen habt, öffnen. Und die Setup-Exit darin, quasi diesen Installer, öffnen. Ihr werdet jetzt hier gefragt, ob ihr das Ganze im Netzwerk zulassen wollt. Das müsst ihr tun, weil die Anwendung sucht euren Drucker. Ich gehe das jetzt hier live nicht durch, weil sonst müsste ich meine Seriennummer schwärzen. Das wäre einfach nur unnötig Arbeit. Wir schauen uns den Installer hier in dem GitHub an. Der sieht genauso aus wie hier. Als erstes müsst ihr in dem ersten Dropdown euren Drucker auswählen. Wenn ihr mehrere habt, achtet darauf, dass es der richtige ist. Vielleicht, wenn es euch möglich ist, macht vielleicht alle anderen Drucker, die ihr nicht benutzt, aus. Wenn ihr das ausgewählt habt, kommt ihr als nächstes in diesen LAN-Access-Code. Könnt ihr da eingeben. Dann wird geprüft, welche Firmware ihr hier drauf habt. Bei mir war anfänglich, stand hier in rot, ich hätte die richtige Firmware, aber den Root-Access noch nicht aktiviert. Das ist folgendes. Dann habt ihr hier die Mutter nicht ausgewählt und hier diesen Button nicht. Und ihr habt dieses SSH-Passwort nicht. Also spult ein paar Sekunden zurück, dann wisst ihr, wie ihr da hinkommt. Habt ihr das Ganze, poppt dieses Fenster auf. Ihr könnt dieses SSH-Passwort hier eingeben und im letzten Schritt Haken setzen und installieren klicken. Dann werden diverse Sachen runtergeladen und auf die SD schon mal gezogen. Ihr müsst jetzt hier wieder an den Drucker gehen und zwar im Bildschirm dann wieder folgendes auswählen. Ihr solltet dieses Fenster hier haben. Ich habe das Dropdown bei mir mal aufgemacht. Bei mir war hier nur eine Version. Ich habe die ausgewählt, die war auch schon vorausgewählt und hier auf Install geklickt. Jetzt braucht ihr einen Kaffee, Tee und Zeit. Das braucht nämlich ein bisschen. Bei mir hat das, glaube ich, 15 bis 20 Minuten gedauert. Wichtig hier nochmal Internetverbindung, Netzstecker nicht ziehen. Das muss beides aktiv sein. Wenn ihr das Ganze macht, ihr könnt hier wahrscheinlich Schaden verursachen. Daher bei solchen Firmware-Sachen immer darauf achten, dass das Ding sauber läuft und nicht abstürzt. Also, dass der Drucker keinesfalls irgendwelche Verbindungen verliert. Das läuft jetzt durch. Ihr werdet zwischendurch mal was gefragt. Also, bleibt einfach in der Nähe. Geht ab und an vorbei. Zum Beispiel diese Frage hier. Hier wurde geprüft, ob diese Firmware schon auf der SD-Karte vorhanden ist. Bei mir war die nicht da. Ich musste hier auch Ja anklicken, dass er das Ganze runterlädt. Ein kleiner Balken lädt das runter und dann ist es auf der SD. Dann seht ihr es hier. Es wird runtergeladen, wird uncompressed, wird installiert. Ich muss schauen. Also, es ist ein, zwei Meldungen und dann läuft es hier quasi komplett durch. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, seht ihr hier Success-Button und ihr könnt hier auf Reboot klicken. Startet euer Drucker jetzt das erste Mal mit der X1 Plus-Firmware hoch. Könnt ihr hier verwählen, da läuft auch eine Zeit, einen 10-Sekunden-Timer ab. Ob ihr direkt starten wollt, das kürzt den Timer ab. Oder ihr habt hier verschiedene Startoptionen. Die schauen wir uns direkt mal an. Wir überspringen das Ganze. Advanced Boot. Schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Hier könnt ihr nämlich verschiedene Sachen, das habe ich mir auch schon angeschaut, auswählen. Ihr könnt hier also von der SD starten, Installer nochmal starten, Einstellungen zurücksetzen. Hier unten könnt ihr die Standard-Firmware quasi wieder aktivieren. Wenn ihr diese roten Buttons anklickt, werdet ihr im nächsten Pop-Up darauf hingewiesen, dass ihr wahrscheinlich die X1 Plus-Firmware vielleicht nochmal neu installieren müsstet. Nur das als Hinweis, was dieser zweite Button hier soll, diese Advanced Options. Wenn mal irgendwas sein sollte, sieht es einfach aus. Hat die SD jetzt gestartet, sollte der Bildschirm bei euch so aussehen und es hat alles wunderbar funktioniert. Habt ihr Fragen, einfach in die Kommentare rein oder schaut im Discord vorbei. Das war jetzt soweit die Installation. Und wir schauen uns jetzt mal noch ein paar grundlegende Sachen an, die ich gemacht habe, als das Ganze installieren. Jetzt zu den grundlegenden Features würde ich einfach den SSH-Server aktivieren. Das sehen wir hier, das ist aus dem Benutzerhandbuch. Wie machen wir das Ganze? Ihr geht nochmal in euren Drucker und wählt hier unten dieses Symbol aus und setzt hier diesen Haken Enable SSH und kopiert euch nochmal dieses Root-Passwort. Das ist nicht das, was wir eben fotografiert haben. Das ist ein neues, etwas längeres. Wir möchten jetzt einen SSH-Zugang herstellen. Ich mache das gerne über einen Putty. Was brauchen wir hierzu? Wir brauchen hier unsere IP. Mein Drucker hat die 22. Gebe ich hier oben ein. Also ihr gebt eure IP hier ein. Einfach open. Dann werdet ihr gefragt, möchtet ihr dem ganzen Vertrauen? Ich sage ja. Als Nutzername brauchen wir Root. Das steht ebenfalls hier in der Beschreibung drin. R-O-O-T. Das heißt, ich gebe hier R-O-O-T ein. Ich muss jetzt mal ganz schnell an meinem Handy das abfotografierte Passwort suchen. Das ist etwas länger. Das haben wir hier. Ich schicke Root ab. Hier kommt mein Passwort. Ich gebe das ein. Zack. Jetzt bin ich hier auf meinem Root-Verzeichnis, beziehungsweise bin auf dem Drucker drauf. Wenn ich jetzt ja LS ist ein Kommando, um etwas anzuzeigen, sehe ich nichts. Ich müsste CD erstmals im Grundverzeichnis, und hier sehen wir jetzt zum Beispiel schon mehrere Ordner, können wir uns durchschauen. Aber was möchte ich jetzt hier mit diesem SSH-Zugang machen? Mit dem Befehl Clear, ich habe jetzt einfach Clear eingegeben, da wird ja alles aufgeräumt, möchte ich folgendes tun. Ich möchte diesen VNC-Zugang aktivieren. Das heißt, dass ich remote auf das Display draufkomme. Das steht hier. Was brauchen wir hierzu? Wir müssen hier diesen Befehl kopieren. Den fügen wir in Putty mit Rechtsklick, also rechter Maus, das hier ein. Ich schicke den ab. Das lädt jetzt ein bisschen. Was braucht ihr denn zu? Hier steht ja VNC-Control. Das ist ein bestimmtes Programm. Ich gebe hier einfach VNC-Control mal ein. Ich schaue, was Google mir rauswirft. Und ich habe hier mir diesen VNC-Viewer von Real VNC runtergeladen. Könnt ihr auch nochmal entsprechend, was ihr haben wollt, runterladen. Ich öffne das Ganze mal VNC. Hier habe ich schon verschiedene Sachen angelegt, weil ich einen Account habe. Aber wie verbindet ihr euch jetzt? Ihr müsst hier oben einfach die IP eingeben. Habe ich schon getan. Dann ist das bei mir hier unten gespeichert. Ich klicke das an. Hier werde ich gefragt, ob ich dem vertrauen will. Beziehungsweise hier wird darauf hingewiesen, dass die Verbindung unverschlüsselt ist. Klicke ich jetzt Fortsetzen. Und hier bin ich auf meinem Display. Nachteil ist, wenn ihr das gestartet habt. Ich habe es eben schon mal gesagt. Ist euer Display am Drucker grau und ich sehe nichts mehr. Hier läuft im Hintergrund die Anwendung. Ihr müsst das quasi laufen lassen. Dann könnt ihr hier aufs Display gehen. Hier kann ich mich jetzt an dem Drucker einfach durchklicken. Sehe ich das ganze Filament. Was habe ich angewählt? Druckoptionen. Kann hier auch nochmal auf Passwort gehen. Hier oben auf Fehlermeldungen und so weiter und so fort. Hier können wir Verschiedenes anklicken. Ich schiebe das mal vielleicht kurz hier runter. Dann müsste ich eventuell nicht. Kommt auch nicht. Müsste ich nicht mein Passwort jetzt schmerzen. Hier haben wir das Bild. Hier könnte ich jetzt verschiedene Sachen starten. Aber macht es bitte nur vor Ort. Ich habe hier als wichtigstes, was ihr auch machen solltet nach der Installation, hier unter Printer Calibration, hier nochmal alles laufen lassen. Ich weiß nicht, ob irgendwas zurückgesetzt ist. Wenn ihr was am Drucker verändert, sei es Hardware, sei es Software, macht doch einfach nochmal diese Schritte hier durch, sodass sich der Drucker einmal kalibriert. Dauert zwar ein paar Minuten, aber ist ein cooler Schritt. Ich hoffe, die Installation hat euch jetzt geholfen. Wir halten euch auf dem Laufenden, was das Ganze gebracht hat, wie die Features funktionieren, ob es vielleicht noch was zu wissen gibt, ob es irgendwelche Fehler gibt. Können wir euch vielleicht helfen, wenn ihr Probleme habt. Auf dem GitHub sind schon bei der Installation, bei dem Installation Guide ganz unten ist schon ein Bereich Troubleshooting angewählt. Wenn ihr hier so eine Error-Meldung habt, dann seid ihr wahrscheinlich nicht im selben Netzwerk bzw. die Netzwerkverbindung ist schlecht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir freuen uns immer über ein Like oder ein Abo. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach, kommt ins Discord. Ich wünsche euch viel Spaß mit der X1 Plus Filmware und denkt dran, ihr Verlediger.